Sie haben kein Geld für Urlaub, aber wollen Ihrem Kind schöne Ferien ermöglichen? Schicken Sie es zu uns ins Pfandfinder-Camp, dem einzigartigen Ferienangebot des Berliner Senats. In zwei Wochen lernt Ihr Kind spielerisch, sich auf seine Zukunft vorzubereiten. Zusammen mit einem erfahrenen Pfandfinder und anderen Kindern mit begrenzten Zukunftsaussichten geht es auf Pfandsammeltour. Jeden Tag eine gute Tag, jeden Tag zum Pfandautomaten. Ihr Liebling ist den ganzen Tag an der frischen Luft. Lernt Pferden lesen, sich im Großstadtdschungel zurechtzufinden, wie man eine Unterkunft findet und hat jede Menge Spaß. Die Pfandfinder, eine unvergessliche Zeit voller prägender Erfahrungen für Ihren Nachwuchs. Jetzt kostenlos anmelden, weil die Zukunft Deutschlands in den Händen Ihrer Kinder liegt. Uniform und Equipment sind am Ende des Camps wieder abzugeben. Pflegeende, pflegeende Wüste, weiche Augen, weites Herz. Freundschaft, die zusammenhält, so verdienen wir unser Geld. Beben! OFFICät Lara함. Ersch لا mag, expire! Beben! Bebe! Iu scam! Ja,AMILA! πα meaning willet sein! Batterhood geriven,arsa Chickanty!